Ja, im heutigen Video geht es um das Thema, warum nachhaltige Lebensweise, warum Veganismus so viel besser ist als Stierhuden. Ich bin gerade in Wiesbaden bei Telltech mit der Jessie und dem Andi, den wahrscheinlich keiner von euch kennt. Das ist so ein up and coming YouTube-Dude, den ich gerade versuche ein bisschen zu unterstützen. Und wir haben schon einen Teil 1 auf seinem Kanal gemacht, wo wir so ein kleines bisschen diesen Raum aus sehr hässlich in sehr schön umgewandelt haben. Dafür haben wir allerdings keinerlei Technik benutzt. Sprich, wir haben einfach nur die Sachen genommen, die wir haben. Fenster und Flipcharts und Pipapo und es sah trotzdem mega geil aus. Und jetzt in Teil 2 schauen wir mal, wie das mit ein bisschen mehr Einsatz von künstlichem Licht funktioniert und was wir noch so rausholen können. Meine Angst ist gerade gar nichts. Meine Hoffnung ist sehr viel. Ihr wisst jetzt schon mehr als ich, denn ich zeige euch einmal hier vorher und nachher. Wenn ich eine Bauchbinde bei mir hätte, ich würde die viel mehr für Quatsch missbrauchen. Okay, wir steigen jetzt wirklich da ein, wo wir gerade eben bei Andreas aufgehört haben. Andreas, jetzt traue ich mich nicht mehr, Andreas zu sagen. Bei Andy. Das ist noch schlimmer. Das ist noch schlimmer, okay. Wir fangen da an, wo wir gerade bei Andy aufgehört haben. Deswegen, falls ihr das nicht gesehen habt, bitte da nochmal reinschauen. Für meinen persönlichen Geschmack ist ja das Endergebnis, was wir bei dir hatten, schon fast perfekt. Das heißt eigentlich, wenn das mein Job wäre, würde ich gar nicht mehr viel machen. Es gibt eine Sache, die mich stört und das ist, dass in unserem Bildhintergrund das Fenster überbelichtet. Beziehungsweise nicht das Fenster, sondern die Wand, die wir im Hintergrund sehen, ist überbelichtet. Das erste, was ich jetzt also tun würde, wir haben ja schon ein paar Lampen aufgebaut, ist ein Keylight zu setzen, was uns das Gesicht ein bisschen kontrollierbarer macht. Und dementsprechend können wir dann im Hintergrund mehr anpassen auf die Helligkeit, die wir selber wollen. Ich habe tatsächlich, ohne jetzt das Konzept zerschießen zu wollen, überlegt, ob wir mit den Möglichkeiten von mehr Licht sogar die Ausrichtung des Bildes leicht ändern würden. Weil wir halt selbst, wenn wir mehr Licht geben, das Fenster nicht wirklich schön kriegen, weil wir halt einfach direkt auf die weiße Wand gucken. Also womöglich zeichnet sich die Struktur der Wand ein bisschen stärker durch, aber sehr viel mehr sieht man auch nicht. Deswegen war meine Überlegung, wir haben vorher das Fenster weitestgehend rausgelassen, weil wir es halt nicht kompensieren könnten. Jetzt könnten wir es, ob man eventuell die Blickrichtung ändert, das ist jetzt wirklich in die Tüte gesprochen. Nee, ich glaube, ich würde es nicht tun. Um jetzt sozusagen draußen mehr Tiefe zu kriegen, bei dem Blick nach draußen mehr Tiefe, müssten wir einmal das Setting umdrehen und von den Raumverhältnissen her machen, weil es uns damit nicht schöner ist. Ich würde es nicht tun. Dann war das jetzt ein Einwurf, ihr habt einmal gehört, was ich dazu zu sagen habe, aber ich würde es nicht machen und wir machen weiter wie von Marius geplant. Ich finde es aber trotzdem schön. Ist ja auch sein Kanal. Noch. Okay, dann bin ich einfach mal so frei und schieße mal hier die Aperture Nova an. Wie immer gilt, ist es scheißegal, welche Lampen ihr benutzt. Also das gleiche Prinzip würde gelten, wenn ihr jetzt eine 120D oder eine Godox 60 Watt mit einer Softbox habt. Whatever. Oder jute alte Baustrahler. Oder jute alte Baustrahler. Wer nicht weiß generell, wie Licht funktioniert, wie man hartes Licht weich bekommt, ich habe dieses Lichtschuleformat, bla bla bla. Hier oben klicken, whatever. Das weiß er nicht auch. Okay. Uah. Ja, fertig ist das Bild? Ja, also tatsächlich haben wir jetzt zwei Effekte gerade. Der eine ist der gewünschte, es wird einfach heller, also einmal ND rein, dann ist gut. Wir haben jetzt ja bewusst vorhin diese spiegelnde Fläche, diesen Glasschrank reingebracht und es rächt sich jetzt ein Stück weit, weil wir gerade die Spiegelung der Softbox ins Glas reinbringen. Das heißt, wir können ja gleich mal ein bisschen gucken, ob wir die Lichtposition verändern oder gegebenenfalls müssen wir sogar jetzt den Hintergrund nochmal anpassen. So, einmal ND drin. Ist schon mal halbwegs schick, aber sieht direkt sehr geleuchtet aus, weil die Kraft im Gesicht natürlich viel zu viel ist. Und weil halt einfach auch die Fläche viel, viel kleiner ist. Also wir sehen viel deutlicher die harten Schatten. Vergleichsweise. Genau. Harten Schatten. Deswegen würde ich mal versuchen, einen Ticken rumzukommen schon mal und vor allem zu dimmen, dass wir es wieder schaffen, das ehrlich mal natürlich zu machen. Kannst du mir mal einen Stopp geben? Ja, ist zu dunkel. Wieder ein bisschen mehr. Okay, ja, ist schon mal auf jeden Fall schick. Man hat das Problem dadurch, dass die Wand hinten grau ist und fast weiß, dass wir den Raum relativ dunkel machen müssen, um die Details zu behalten. Und dadurch kriegt man schnell diesen Look von geleuchtet. Ich persönlich bin überhaupt kein Fan von, aber wir sind ja noch nicht am. Ich auch nicht, aber es bringt uns ein paar mehr Möglichkeiten, weil während vorher der Raumhintergrund halt einfach hell war und wir hatten sowieso nichts, um darauf Einfluss zu nehmen, können wir halt jetzt auf Basis dieses dunkleren Hintergrunds ein bisschen gestalten. Also wenn wir jetzt ein Licht hinten reinbringen oder einen farblichen Akzent oder irgendwas, fällt der halt auch immer mehr auf, weil der Hintergrund nicht ganz so dunkel ist. Trotzdem, gegen den Reflex müssen wir was machen. Wir müssen ein bisschen was hier noch gegen die stark schattige Seite machen. Fangen wir doch mal mit der Reflexion an. Das finde ich gar nicht schlecht. Wir drehen einfach den Schrank ein bisschen. Ja, ist schon raus. Glas ist ja durchsichtig. Und jetzt kommen wir mal in den Bereich der klugen Tipps. Nein, ich würde, so hier haben wir was. Ich würde so einen Glasschrank immer irgendwie mit kleinen Panels oder jetzt mit größeren Tubes oder so. Im Prinzip, das ist jetzt ein bisschen Freischnauze. Ich würde einfach mal gucken. Wir haben jetzt ja hier schon ein bisschen Staffage drin, diese ganzen Kartons und sowas. Quatsch. Kataloge, nicht Kartons. Es funktioniert. Ich finde, Farben im Hintergrund ist was, was, wie gesagt, immer sehr stilisiert ist. Ich persönlich bin da jetzt nicht so der Riesenfan von. Ich mag, wie gesagt, diesen natürlichen Look. Aber was ich jetzt machen würde und du wahrscheinlich auch, ist dieses Practical quasi verlängern, dass wir es auch auf Jessie wirklich spüren. Weil im Prinzip haben wir jetzt ein motiviertes Licht im Hintergrund. Also wir haben ein Licht im Bild, das Licht abstrahlt. Und das Licht, was Jessie jetzt trifft, würden wir jetzt erwarten, sollte irgendwie dieselbe Farbe haben. Selbst wenn im Hintergrund ein Fenster wäre oder sowas, würden wir auch erwarten, dass das Licht, was sie trifft, die Fensterfarbe hat. Muss nicht mal zwingend tatsächlich so sein, dass da genug Licht ankommt. Aber halt, sobald wir Licht im Bild haben, was motiviert, dann muss halt auch das Licht, was wir zum tatsächlichen Ausleuchten benutzen, dementsprechend. Oder was heißt ein Muss? Es gibt kein Muss, aber das wäre so eine logische Schlussfolgerung. Genau, das ist vollkommen. Also es gibt kein Muss-Konjunktiv natürlich immer, aber das ist so ein... Man kann das so machen. Ich nehme jetzt einfach mal so ein Ding und haue es mal eine Farbe, die einfach komplett anders ist auf sie drauf. Und wir schauen mal, wie es aussieht. So, ich bin ein Stativ. Ich sage ja, wenn man Disco darstellen will, funktioniert das schon. Aber es ist das Schöne, was ich bei sowas finde, ist, dass dadurch, dass wir im Bild die Farbe Cyan sehen, wird sie komplett glaubhaft, wenn wir jetzt eben eine Cyan-Spitze beziehungsweise einen Kick von der Seite geben. Und das passiert hier auch wunderschön. Natürlich will ich den Andi jetzt nicht als Stativ die restliche Zeit da stehen haben. Wir haben es gerade mal kurz geswitcht. Marius hat die Nova aufgebaut und auf Cyan gestellt. Und das ist jetzt auf was? Vier. Auf vier Prozent. Okay. Es ist ziemlich wenig. Stell es mal leicht hoch, weil ich glaube, sehr viel hoch dürfen wir nicht gehen, bevor es halt krass unnatürlich wird. Okay, das ist schon... Ja, nee. No way. Okay, das sind jetzt 45. Das ist natürlich... Alles klar. Also ich glaube, 10 Prozent mehr ist irgendwann einfach zu viel des Guten. Okay, wir sind jetzt auf neun. Neun. Ich würde sagen weniger. Ja, so kannst du machen. Was mich jetzt hier instant stören würde, ist, dass die Nase noch getroffen wird. Das ist was, was häufig passiert, wenn man mit dem Spitzlicht oder, das ist jetzt kein direktes Spitzlicht, Seitenlicht, nenne ich es mal, dass es zu seitlich kommt und die Nase dann getroffen wird. Das fällt nicht jedem auf, aber ich finde, es unterscheidet so ein bisschen... Der Marius von allen anderen. Ja. Und raus. Okay, ich glaube, ich würde mal eine Sache probieren, die ich hier ganz spannend finden könnte und zwar, dass wir so eine Art Fake-Sonnenlicht auf die Wand werfen von draußen. Gute Idee. Da könnten wir die Lamellen ein bisschen runterlassen und eindrehen, dann könnten wir sogar... Das Schöne ist oder das Schlimme ist, ich glaube, das wird nicht genug Power haben. Ich glaube, die 600D mit der Fresnel ist schon ganz gut, aber gegen Tageslicht anzukommen ist extrem schwer und auch einer der Gründe, warum man am Filmzeit immer diese gigantischen... Riesenlampen hat. Ich bin jetzt mal gespannt, was wir rauskriegen. Für die 600D gibt es ja auch noch diese F10-Frisenelle, die so richtig Dampf nochmal rausholt. Die würde vielleicht mehr helfen. Ich habe jetzt nur die zweifache. Aber wir wollen hier auch ein bisschen rumprobieren, ne? Ist ja ein bisschen auf 100 Prozent. Jetzt, jetzt einsen wir mal an, ja? Das Blöde ist natürlich, wenn wir jetzt hier diese Streifen haben wollen, können wir die Lampe nicht beliebig nahe ranbringen. Das wäre sonst naheliegend, wenn sie zu schwach ist, einfach näher ranbringen. Also mal gucken, ich schiele mal rein. Das ist tatsächlich mehr, als ich erwartet hatte. Ja, das ist geil. Also das kannst du doch mal zumachen und aufmachen, dass man so ein bisschen den Unterschied sieht. Hi. Und jetzt auf. Es ist halt auch da wieder ein extrem stilisierter Look. Muss man mögen. Ich bin jetzt bei diesen Jalousie-Ding nicht immer ein Fan. Beziehungsweise wenn, dann finde ich es besser, wenn der ein bisschen wärmer ist. Ist auch von der, wenn man mal überlegt, wo ist die Sonne stehen müsste, damit das Licht so fällt, dann ist sie schon relativ niedrig. Dann könnte man es ein bisschen wärmer machen. Nimmt uns jetzt wahrscheinlich zu viel Licht weg, damit man so ein bisschen so eine wärmere Nachmittagssonne erzählt, die dann eben zu den tiefen Strahlen passen würde. Und was wir jetzt machen können, ist ja der einfachste Trick auf der Welt, ist einfach mit dem Weißabgleich uns die Sonne ein bisschen wärmer zu schießen. Nehmen wir hier einfach mal ein bisschen, bis wie viel kann ich, bis 8000 Kelvin kann unsere C70 hier gerade gehen. Wenn wir jetzt sagen wollen, hm, okay, der Hintergrund funktioniert, aber die Haut ist jetzt natürlich auch extrem warm, können wir einfach wieder in der Nova gegensteuern, die deutlich kühler machen und kriegen dann eine normale Haut und einen sehr warmen Hintergrund. Und ob einem das gefällt, andere Frage, aber wir probieren es einfach mal aus, würde ich sagen. Besser ist fast schon zu kühl. Ja, so, ja. Ich glaube, die Farben sind jetzt nicht perfekt, ne, weißabgleich, ich habe das Gefühl, geht es ein bisschen ins Grünliche durch diese ockerfarbene Wand. Aber prinzipiell, als Abendsonne verkauft sich es jetzt schon mal ganz gut, vor allem durch das Fenster auch, was jetzt einfach so ein bisschen wärmer ausbläht. Vorher hatten wir auch nur diese rein weiße Fläche beim Fenster, jetzt haben wir halt die Lamellen gesehen. Also es hat einfach ein bisschen Wasser, es ist ein bisschen Struktur und wir erkennen, dass jetzt da irgendwas ist, statt einfach nur weiß und ausgebrannt. Und das ist halt geil, weil es erfordert keinerlei Colorgrading oder Postproduktion oder sonst irgendwas. Sprich, wenn wir jetzt einfach als Kameramann oder Kamerafrau irgendwo gebucht sind, wollen aber direkt so einen Look reingeben, ist das eine mega geile Variante, einfach mit weißabgleich und verschiedenen Farben in den Lampen direkt im Bild was zu verändern. Eine Überlegung, die ich jetzt gerade hatte zur Verbesserung, aber es wäre jetzt nicht mit geringem Aufwand zu erreichen. Mein Gedanke war, ich würde gerne den Bereich, in dem die Pflanze steht, ein bisschen dunkler machen, einfach um das Bild von den Helligkeiten noch ein Stück weit mehr zu strukturieren. Also wir haben ganz links das Fenster, das ist wirklich hell. Wir haben Jessie, die ist unser Objekt, die soll eigentlich hell sein. Also sie soll eigentlich das Objekt sein, was den Blick am ehesten auffängt. Und dazu hätte ich gerne den Bereich links von ihr, wo die Pflanze ist, ein bisschen mehr abgeschattet, einfach um sie von der Helligkeit ein Stück weit mehr vom Hintergrund zu separieren. Ich glaube jetzt, so wie hier das Licht fällt und wie die Umgebung ist, nicht mit größerem Aufwand, deswegen, wenn du nicht gerade irgendwas aus dem Hut zauberst. Ja doch, ich glaube, ich habe eine Idee. Und zwar, was wir jetzt haben, wenn du mal das Bild anschaust, unser Keylight wirft wahrscheinlich noch ziemlich viel Helligkeit in den Hintergrund. Guter Punkt, ja. Wenn ich das also mal ausschalte, für den Vergleich, ist wahrscheinlich jetzt die Ecke viel dunkler. Das heißt, was wir hier machen können. Hast du ein Grid? Ist ein Grid verwenden, das hatte ich letztens schon mal in einem meiner Videos vorgestellt. Ist das hier ganz toll von DUP Choice, eine Marke, die sehr teuer ist und sehr viel Kritik in meinem letzten Video abbekommen hat. Aber ich finde es eigentlich ganz gut. Und mit diesem Snap Grid kann ich jetzt relativ easy hier sagen, ich packe das in meine Softbox. Und jetzt ist es deutlich gerichteter, nur in Jesses Gesicht. Vielleicht kommt es noch ein bisschen immer noch auf den Hintergrund. Es ist tatsächlich deutlich weniger, was man nur machen muss, wenn ich dir ganz kurz ins Wort fallen darf. Selbstverständlich. Nein, was so ein Grid macht, ist nicht nur stärker richten, sondern auch Helligkeit insgesamt wegnehmen. Sprich, man sieht jetzt anhand des Bildes, wir müssen ein bisschen aufdrehen, um gegenzurichten. Aber das Coole ist, du hast ja gerade gesagt, das wird halt jetzt einfach eher den gerichteten Bereich, auf den das Licht trifft, aufhellen. Ich würde sie sogar noch einen Ticken heller machen. Kann man machen? Ich zeige das einmal kurz. Ich mache jetzt einfach mal hier 95 Prozent. Ist das das, was du haben wolltest oder noch mehr? Ja, finde ich ein bisschen besser. Ne, ist okay. Okay, ich finde es sieht zwar auch gut aus, aber ist für mein Gefühl zugeleuchtet, dadurch, dass das Gesicht jetzt heller ist als das Fenster. Das gibt mir dann immer den Eindruck von, ich glaube das jetzt nicht mehr. Deswegen versuche ich immer... Es ist lustig. Vielleicht ist das ja super subjektiv Geschmackssache. Ich weiß genau, was du meinst. Ich empfinde es gar nicht so. Es ist absolut Geschmackssache. Das ist wirklich genau der Punkt. Also es gibt da kein richtig, kein falsch oder so. Ich würde jetzt aber tatsächlich eher die Gesamthelligkeit ein bisschen anheben und dann auch in Kauf nehmen, dass die Ecke ein bisschen heller ist. Das wäre mein Approach, um zu sagen, dass die Haut auf den richtigen Wert kommt, dass das Fenster mitgeht. Solange es nicht überbelichtet und irgendwie im technischen Bereich safe ist, wäre das mein Approach. Das heißt nicht, dass es richtig ist. Es ist auch schön, dass jeder eine andere Herangehensweise hat, weil dadurch entstehen ja auch verschiedene Bilder. Wahrscheinlich würde ich jetzt sogar hergehen und vielleicht im Color Grading ganz subtil eine Maske mit einem ganz weichen Rand ziehen. Nur so ein bisschen über diesen linken Bereich vom Fenster, um das abzusoften. Ich denke halt meistens aus diesem Punkt heraus, dass ich mein Material abgebe. Ja. Was ja sehr häufig passiert bei den Produktionen, die ich mache. Ich habe keinen Einfluss auf die Postproduktion. Deswegen versuche ich das so gut es geht abzugeben, in der Angst, dass in der Post gar nichts mehr damit gemacht wird. Und deswegen... Ja, das ist aber tatsächlich einfach auch eine andere Arbeitsweise. Ich kenne ganz viele Leute, die so arbeiten. Ich schneide sehr oft das Material, was ich selbst drehe. Das heißt, ich kann teilweise bewusst Dinge in Kauf nehmen oder in der Fotografie, habe ich es sogar oft gemacht, irgendwie sozusagen einen Fehler machen, was zu hell machen, um irgendeinen dunklen Bereich zu retten oder so, weil ich weiß, wie ich dann die Postproduktion mache. Es ist einfach eine andere Art zu arbeiten. Ich finde trotzdem, wir haben jetzt ein ziemlich interessantes Endergebnis bekommen mit eigentlich relativ wenig Aufwand. Und das Witzige ist nach wie vor, wenn ich jetzt Jesse hier mit bloßem Auge anschaue, ist das Licht total unschön. Aber für die Kamera funktioniert das. Gerade durch die verschobenen Farben. Siehst du es gerade eigentlich von Augen? Viel zu blau. Viel zu blau, genau. Mit bloßem Auge viel zu blau. Wir können ja mal gucken, wie es aussieht, wenn wir jetzt alles ausmachen würden. Oh ja. Wie viel da noch übrig bleiben würde. Ja, im Prinzip halt einfach komplett verschobene Helligkeiten. Ich finde es erstaunlich, wie gut wir es vorher ohne Licht hinbekommen haben. Absolut. Das ist auch wieder das Ding. Ich sage es immer wieder, man braucht eigentlich nicht die Technik, sondern das Knowledge. Dann kann man viel, viel, viel mehr erreichen. Ob das Fenster da hinten jetzt ein bisschen ausbläht in unserem Setup ohne Licht, scheißegal. Interessiert im Endeffekt niemanden, vor allem, wenn es irgendwo im Bouquet liegt. Ich finde, das war ein sehr geiles Beispiel dafür. Von daher vielen Dank an Teltag, dass wir hier drehen durften auf jeden Fall. Vielen Dank an Andi fürs, ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll. Wir haben uns gegenseitig ins Wort gegrätscht. Genau, also für so ein bisschen. Wir werden anhand des fährigen Videos sehen, was das hier tatsächlich war. Nee, weil es war auf jeden Fall. Also ich hoffe, ihr habt auf jeden Fall was mitnehmen können. Ich wollte jetzt schon sagen, abonniert Marius' Kanal. Aber wenn ihr hier seid, habt ihr es wahrscheinlich gemacht. Wenn nicht, shame on you. Dann abonniert jetzt. Und ja, gerne wieder. Falls ihr wirklich hier abonniert habt und den Andi noch nicht kennt, dann geht mal rüber zu Andreas Abb... Abb-b-b-b-b. Und guckt da erstens Teil 1, wenn ihr es nicht getan habt. Und zweitens ganz viele andere Videos. Andi macht vor allem Sachen zu Da Vinci und was weiß ich nicht was. Wie würdest du dich eigentlich in 5 Worten selbst beschreiben, deinen Kanal? Ich mache Zeug mit Videos. Vielen Dank und im Idealfall bis morgen. Tschö. Hey, das waren wirklich 5 Worte. Ja, es ist cool, weil es halt nicht irgendwie Camera Bitches 2000 ist oder sowas. Also halt irgendwas, was ganz offensichtlich kamerabezogen ist. Camera Bitches 2000. Leute, wenn ihr wollt, dass der Kanal umbenannt wird in Camera Bitches 2000, dann geht jetzt zu Andreas ab und gebt ihm ganz viele Thumbs down auf seinen Videos. Also ich glaube auf jeden Fall ist das der Hashtag des Tages. Camera Bitches 2000.